Die Lukas-Klause in Magdeburg. An diesem geschichtsträchtigen Ort stellten am Mittwoch drei Magdeburger Künstler ein Konzept vor zum Themenkomplex Magdeburger Recht. Schon lange will die Stadt Magdeburg auf die historische Bedeutung hinweisen, die diese Rechtsprechung seit dem Ausgang des 12. Jahrhunderts auf weite Teile Europas hatte. Mit Recht ist man stolz darauf, in diesem Zusammenhang auch immer den Namen Magdeburg genannt zu wissen. Jetzt haben sich der Glasgestalter Reginaldrichter, der Maler Michael Emig und der Bildhauer Wolfgang Rostdeutscher zusammengetan, um bereits Vorhandenes mit Neuem zu verbinden und so aus einer vernachlässigten Kreuzung ein symbolkräftiges Areal zu gestalten. Es geht um diese Kreuzung am Innenministerium Magdeburgs. Zu dem Detail des Konzeptes und zu dem historischen Kontext, in den sich die Arbeiten der drei Künstler einbinden lassen, sehen Sie sich den zweiten Teil dieses Beitrages an. Hier sei nur noch darauf hingewiesen, dass es im Auditorium der Präsentation zu einem angeregten Meinungsaustausch kam. Da Magdeburg sich seit langem um eine Würdigung des Magdeburger Rechtes bemüht, erntete der konkrete Vorstoß der drei Künstler weite Zustimmung. Das Magdeburger Recht steht für Selbstbestimmung und im übertragenen Sinn auch für den Beginn der kommunalen Selbstverwaltung. Es steht für eine verlässliche Rechtsprechung, also auch für Gerechtigkeit und genau das war es, wofür am 17. Juni 1953 die Menschen gegen die SED-Willkür auf die Straße gegangen waren. Und so schafft das Konzept der drei Künstler eine Klammer über die Geschichte der Jahrhunderte hinweg. An dieser Stelle sei auch noch betont, dass es zeitgleich eine Initiative eines Vereins gibt, dem Magdeburger Recht ein Denkmal zu setzen, von der sich Richter, Ostdeutsche und Emich aber klar abgrenzen. Sehen Sie sich den zweiten Teil des Beitrags zu diesem Thema an. Er erklärt das schlüssige Konzept.